Ich werde euch so ein bisschen durch die nächsten 45 Minuten dieses sehr frühen Morgens führen und als erstes präsentiere ich die einzigen weiblichen Darsteller dieses SEO Days, die heute sprechen werden, und zwar ist das Bianca Jacobi, Geschäftsführerin von Pink the Web aus Berlin und ihre, oder ihr Head of Development, Henrike Voss, und die beiden werden heute über zwei Themen auf einmal sprechen, nämlich einmal Tracking und SEO Praxis und SEO im Marketing Mix geht viel um PR und da die beiden sehr viel zu sagen haben, halte ich jetzt meinen Mund und übergebe euch das Wort. Hallo, guten Morgen.